Hallo, hier spricht Eric Franklin und das ist Chelsea. Und wir werden Ihnen nun zeigen, wie man die Schultern öffnet und das auf ganz natürliche Weise. Wir werden Bälle einsetzen, Bewegung und Imagination. Und was wir nicht tun werden, ist uns einfach in diese Stellung hinein forcieren. Weil das erzeugt nur Spannung und Spannung ist eigentlich der Feind der Bewegung. Weil wenn man sich bewegt, müssen die Muskeln zuerst mal locker sein, damit sie sich überhaupt anspannen können, um die Bewegung zu erzeugen. Wenn die Muskeln schon angespannt sind, wegen irgendeiner positionellen Haltungsschulung, ist es eigentlich viel schwieriger, sich zu bewegen. Also beginnen wir gleich. Wir werden die Bälle so nach oben klopfen, entlang dem Brustbein und nach außen entlang dem Schlüsselbein. Und wir werden uns vorstellen, dass das Brustbein sehr elastisch ist hier. Es wird sich dehnen wie ein Gummiband. Also beginnen wir gleich. Wir klopfen entlang dem Brustbein nach oben und über die Schultern nach außen. Ausatmen, einatmen, beim nach oben kommen, ausatmen, beim nach unten gehen, einatmen und ausatmen. Ganz elastisches Brustbein vorstellen. Natürlich ist diese Übung auch sehr gut für die Rippen-Brustbein-Gelenke. Machen wir das vielleicht noch zweimal. Und nach oben, nach außen, letztes Mal. Gut, okay. Lassen wir die Arme hängen und spüren das Resultat. Wir merken, wir sind offen in diesem Bereich. Die Atmung ist freier, die Schultern besser platziert und es fühlt sich ganz natürlich an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so können Sie unsere Webseite besuchen, franklinmethodi.com und sich einschreiben für weitere Gratis-Videos mit Übungen, die Ihnen zeigen, wie man sich wohler fühlen kann in jeder Situation, in Körper und Geist. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.